Musik Das ist das Energieschema, was die Quantenmechanik sagt, in Rotationszustände sind quantisiert. Musik Musik Wir haben jetzt im Abschluss eine kleine Gruppenarbeit überlegt, um sie zu erhalten. Musik 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 You're laughing about this. If you would have postulated this mechanism back in the 70s, in 2005 you would have won the Nobel Prize for this. Musik 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 We can replace these atoms here. But weather actually is bungling. Musik 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 You're right, this is the one thing, in the reaction mixture indeed the EE was very high, but upon workup it was really quickly decreasing. Musik 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 Wir betrachten als nächstes jetzt eine Folgereaktion, A reagiert in einem Prozess erstes. Wir können ja auch mal ein bisschen reinzoomen, das habe ich hier mal gemacht. Und wenn man diese Pfeile nach unten verlängert, sehen Sie hier den Unterschied. Also die eine gibt es zum Minimum. Musik Sollte ich ein Koordinatensystem einlegen, ich wähle das als die Z-Richt. Musik Durch die Portreilgleichung wir es erreichen, dass der Strom und eine Ausnahme nach... Musik Musik So, here we see an Scanning Electron Microscope, which is used mostly by chemists in order to do microscopy and chemical analysis. Musik 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.